Einen wundervollen schönen guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Thymesia. Ist ein Souls-like... Ja, Souls-like Dark Souls wollte ich jetzt ganz sagen. Ist ein Souls-like Game, sowas wie Dark Souls, Elden Ring und sonst was. So einer meiner allerliebsten Lieblingsgenres. Tatsächlich von Team 17. Publisher. Bin ich gespannt. Team 17 kennt man ja durch Worms und sonst was und viele, viele andere Spiele, wo ich eigentlich tatsächlich nicht viel mit zu tun habe. Seit eigentlich so als Kind hat man so Worms gespielt, aber so Team 17 eigentlich ist es übel laut. Habe schon auf 50% gedreht, ist immer noch zu laut. Machen wir mal 40%. Ja, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Habe jetzt Gameplay-technisch noch nicht wirklich was gesehen. Es sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr gut aus und deswegen würde ich sagen, legen wir einfach los. Die Hermes-Festung. Das Königreich von Hermes. Land der Alchemie. Es heißt, die hier praktizierten Alchemie kann solchen Keime zu Gegenmittel verwandeln. Das Volk von Hermes wurde von dieser mystischen Kunst geschützt und das Königreich wurde zu einer der mächtigsten nationalen des Kontinents. Mhm. Genau so sieht's aus. Wir legen los. Zu Beginn hielten die Leute alles nur für eine gewöhnliche Infektionskrankheit. Erst als das Vieh zu sterben begann und die Infizierten sich unter Schmerzen krümmten, erkannten sie, dass sie es mit einer tödlichen Seuche zu tun hatten. Die Königreiche taten ihr Bestes, um die Epidemie und die scheußliche Kreaturen zu besiegen. Doch ihr Widerstand war zwecklos und bald machte sich auf dem gesamten Kontinent Verzweiflung breit. Das Königreich Hermes begründet in der Krone eines riesigen Baumes, gelangt dank ihrer Praxis einer wundertätigen Alchemie, mit der die solchen Keime und Heilungsmittel, ja, als die solche in den Lenden grassierte, verließen sie sich auf diese Alchemie, um damit die Flammen des Segens zu erleuchten. Doch wo Licht ist, wird auch stets Schatten geben. Ich kann nicht lesen. Grundlegende Steuerung, verwendere L, um Corvus zu bewegen. Okay, wir heißen Corvus und halte L zum Sprinten. Verwendet er, ja, 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 Objekte, ja, wir spielen übrigens mit Controller und... Ah, das ist... Okay, es war gerade ein bisschen unflüssig, es geht. Zerknülltes Stück Papier, folge dem Befehl und suche das nach den Herzen. Okay. Das ist das Inventar, das sind unsere Werte, Talente. Wir parieren, oh. Gegenstände haben wir hier. Story relevant, das wäre hier. Fähigkeitssplitter von mir aus, keine Ahnung. Blutbefleck dadurch nutze ich dieses Objekt, um den letzten Seelenthron zurückzukehren. Okay, das ist sowas wie wahrscheinlich, ne, wenn ihr Dark Souls gespielt habt, wie das Leuchtfeuer. Da können wir zurück zum Speicherpunkt, nenne ich das jetzt mal. Sammlung, Grundlegende Steuerung, ja, ja, ja. Wobei, ganz interessant, Konterangriffe. Wiederholte Angriffe auf Feinde füllen ihre Konterangriffleiste und können dazu führen, dass ein Konterangriff einsetzt. Die Freischaltung und Aufwendung bestimmter Lände und solchen Waffen kann dafür sorgen, dass sich die Konterangriffleiste langsam erfüllt oder sogar wieder zurückgesetzt wird. Werden wir alles sehen. Okay, wir müssen erstmal auf Sammlung. Chronik, Story, Rezeptur, Zutat. Wir haben hier nirgends was. Hä, war hier nicht, haben wir nicht sowas eingesammelt, ne? Sieh dir mit R und, äh, sieh dich mit R um und verwendet Artesum mit Objekten. Guck mal, wie ist da, da, oh da, seht ihr das, das ist nicht so geil. Verordnung. Aufgrund der aktuellen epidemischen Krankheitsgeschehen befindet sich das Königreich Hermes ab sofort im Ausnahmezustand. Alle Bürger müssen sich daher folgenden Befehlen unterwerfen. Es herrscht ein Ausgangsverbot für Bürger. Lebensnotwendige Vorräte werden von den Rittern verteilt. Ein Zeichen von solchenartigen Symptomen oder Mutationen müssen sofort an die Ritter gemeldet werden. Alle Leichen oder unreinen Objekte müssen an das für Einäscherung und Reinigung zuständige Personal übergeben werden. In Kraft treten der Verordnung ab sofort. Also hier ist Corona ausgebrochen, sehen wir schon. Säbelangriff. Verwende R1, um einen Säbelangriff zu verführen. Verwende B, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Säbelangriff für den Schaden zu bla bla bla. Wenn die Gesundheit wird ein bla bla, werden wir benommen. Näher dich einen benommenen Feind. Verwende R1, RB, um ihn hinzurechten. Wird schon gut gehen. Das war gut. Habt ihr den Dodge gesehen? Das war einfach Dark Souls Profi Nummer 1. Okay, es spürt sich bis jetzt ganz flüssig. Hat immer mal wieder so einen kleinen Ruckler, aber vielleicht ist es auch nur am Anfang. Sehen wir dann. Parieren. Verwende LBQs vor einem feindlichen Angriff. Corvus, der Coronavirus trifft, um ihn zu parieren. Das Parieren eines Angriffs fügt dem Feind Schaden zu und verhindert, dass Corvus, der Coronavirus Schaden erleidet. Warum heißen wir Corvus? Sie lügt, sie weint nicht. Boah, es war so schlecht. Alter, Trankverwenden. Ja, ich wollte eigentlich parieren üben. Okay, das sind die Tränke. Das hilft wieder die Verordnung. Die hatten wir ja schon. Ja. Können wir Kisten zerschlagen? Nice. Hier kommen wir auch durch. Was haben wir hier? Äh, A. Ein tödliches Stiller füllt die Straßen und die Stadt ist vollständig abgeschottet. Es gibt nirgendwo Nahrung oder Trinkwasser. Papier am Boden. Können wir das hier kaputt? Nee. Okay, oben rechts sind wahrscheinlich unsere Seelen, die wir dann ausgeben können zum Leveln. Das werden wir jetzt noch alles erfahren. Sind hier noch im Tutorial. Fixieren. Ja, das wissen wir schon mit R gedrückt. Kurz drücken. Können wir fixieren. Muss abwehren. Klappt irgendwie nicht so geil. Das war gut. Ja, jetzt muss ich unbedingt noch üben. Das variieren ist ja grauenhaft. Schlüssel zum Palsar. Zack, öffnen. Du bist der Verschlinger. Du wetzt deine Klauen und zerfetzt. Wow. Tippe RT, um einen Klauenangriff zu verführen. Der Klauenangriff versorgt Hohenschad und fandlechten Wund und findet, dass sie verheilen. Okay, krass. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Wir sind grüppelig. Wir sind mutiert. War kein guter Dodge. Er heilte eine solche Waffe. Jeder Feind hat eine einzige solche Waffe, die Corvus plündern und selbst einsetzen kann. Heilte RT gedrückt, um Corvus Klauen auf voll aufzuladen. Lass los, um einen solchen Angriff zu plündern. Um eine solchen Waffe zu plündern. Plündern verursacht und mehr Schaden an feindlichen Wunden und verhindert, dass sie verheilen. Corvus ist anfällig für Angriffe, während er seine Klaue aufflädt. Es ist also sicherer, Plündern bei benommenen Gegnern einzusetzen. Okay. Anwendung einer geplündeten solche Waffe. Veränder Y, eine geplündete solche Waffe anzuwenden. Geplündete solche Waffen können nur einmal verwendet werden. Corvus erhält bei Verwendung von solchen Waffen Superrüstung, aber kann aber trotzdem Schaden nehmen. Superrüstung heißt, wir können zwar... Nö. Wir können angreifen und nicht unterbrochen werden. Aber können trotzdem Schaden erleiden. Mit Dreieck setzen wir die ein. Wir müssen jetzt mal den solchen Waffen ausprobieren. Und mal einen Heiltrag nehmen. Wir sind schon wieder fast tot. Hi. Wo kommst du her? Oh. Geil. Das heißt, wir können von allen, die, 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 ne? Die sollen die Waffe klauen und dann einmal angreifen. Eigentlich ganz neat. Seelenthron. Wenn du dich an einem Seelenthron ausrufst, werden deine Tränke wieder aufgefüllt, deine Gesundheit wieder, deine Energie wieder hergestellt. Außerdem werden die meisten Feinde wiederbelebt. Seelenthron aktivieren. Also wie ist Leuchtfeuer. Man kennt's. Sind's eigentlich alle, alle gleich, diese Games, gell? Find ich gut. Beacon-Found. Wir setzen uns hin. Pause. Könnt ihr noch nicht wirklich viel machen? Kommt wahrscheinlich noch. Federn so tödlich wie eiserne Pfeile. Durchbohren ihre... Ich konnte es nicht mal lesen! Kritische Angriffe und Federangriffe. Leuchtet von einem feindlichen Angriff ein grünes Licht auf, führt er einen kritischen Angriff aus, der nicht pariert werden kann. Und Corvus muss stattdessen einen Federangriff vollführen, um diesen Angriff zu entgehen. Verwende LT, befreien Kritik, um eine Feder zu werfen und den feindlichen Angriff zu unterbrechen. Corvus regeneriert geworfen, führe mit der Zeit. Federn verboten, außerdem den Feind und finden für eine gewisse Zeitspannung seine Heilung. Das ist das da. Ja, okay. Alter. Das war richtig bad von mir. Das war richtig bad von mir. Ich stirbe. Boah, das ist schon hart. Okay, wir parieren sehr gut. Das war nicht gut. Ciao. Danke für deine Waffe. Kann ich noch mal klauen? Ja, kann ich. Geil. Okay. War okay. Ich bin noch ein bisschen... Mit Deutschland ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir müssen echt mehr mit Parieren arbeiten. Ich bin nicht so der Parier-Mensch, muss ich ehrlich zugeben. So, was haben wir hier? Tagebuch eines Bewohners. Wie ist es nur dazu gekommen? Wie ist es nur dazu gekommen? Sie sagten uns, es hätte einen Unfall gegeben. Am Geburtstag des Königs. Zuvor hat sich die Seuche nur außerhalb des Königreichs verbreitet. Doch nach dem Ausbruch sind alle verrückt geworden. Okay. Den, 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 den. Wir gehen nach rechts. Rechts ist immer recht. Das hört sich so falsch an. Hi. War fast, war fast gut. Ich drück die ganze Zeit Vier-Eck. Wo habt ihr denn? Ich bin so bad. Ich bin tot, weil ich so bad bin. Der Kaufmodus ist so... Ich will die ganze Zeit Vier-Eck drücken. Ich weiß nicht, wieso. Was haben wir als letztes gespielt, dass ich Vier-Eck drücken muss? Okay, wir sind hier wieder da. Oh, lol. Das ist ein kleines Kind. Erlang eine verlorene Liebe. Die Gegner sind wahrscheinlich jetzt alle respawnd. Okay. Das kriegen wir hin. Wir sind hier runtergelaufen. Das fängt schon mal sehr gut an. Direkt in der ersten Folge gestorben. Jetzt haben wir es aber hinter uns. Jetzt ist jetzt kein Druck mehr auf uns. So. Hi. Mitte. Ciao. War ganz okay. War ganz okay. Du bist ein Gegner, ich sehe es. Das mit dem Dodgen ist echt schwierig. Wir müssen, glaube ich, viel mit den Seelenwaffen arbeiten, weil die gut Schaden machen. Papier am Boden. Die Pfade in die andere Region des Königreichs sind entweder vom Monster gesäumt oder von Soldaten gesperrt. Niemand kann hinein und niemand hinaus. Das ist natürlich ein bisschen ein bisschen mehr so verseucht war und die Ratten, wo alles so verseucht war und die Ratten, ne? Alles war abgesperrt. Alle waren so für sich. Wir gucken mal kurz hinterher, aber ich glaube, hier ist nicht wirklich was. Wir müssen reparieren, dass das noch, das ist schon hart. Das ist schon hart. Ich hoffe, das kriegen wir noch gebacken. Oh nein. Sag nicht, Boss. Ihr seid freundlich, oder? Ihr seid so, hi, wie geht's euch? So in der Art, oder? Die sind cool aus. Ich will die als Charakter spielen. Oder ihn. Angst. Ich will dir nicht die Waffe klauen, eigentlich. Wir haben seine Waffe geklaut. Bam, ich kann das auch. Oh Gott, ich muss hier weg. Oh mein Gott. Ich muss mich härter anstrengen. Sind wir jetzt gestorben? Andi, das war Story. Wir mussten sterben. Das ist ein kleines Mädchen. Korvus, endlich bist du wach. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Das bildet er sich ein. Wir sind drauf. Du wurdest schwer verletzt. Glücklicherweise hast du es rechtzeitig zurückgeschafft. Korvus, erinnerst du dich an das, was du getan hast? Du benötigst die korrekte Rezeptur, die Hermanns Antwort nutzen können. Was? Offenbar hat deine Verletzung dafür geführt, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Es wäre also hilfreich, wenn du beschreiben könntest, woran du dich noch erinnerst. Komm wieder, wenn du dich über deine Erinnerung klaren bist. Du kannst dir bis dahin ein wenig die Beine vertreten. Vielleicht hilft uns, das dann Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Okay, wir haben unser Gedächtnis verloren. Sehr gut. Untersuchen. Bekanntmachung des Königs von Hermes. Die Familien des Ritterordens haben den König ersucht, keine Ritter mehr in Kämpfe jenseits der Grenzen des Königreichs zu entsinden. Die ehemalige Vorsitzende des Instituts für alchemistische Studien, Esmeralda, hat offiziell jemanden zu ihrer Nachfolge bestimmt. Esmeralda gab bekannt, dass sie für die Leitung der alchemistischen Forschung von Hermes, eine Person mit noch weitreichenderen Fähigkeiten, die ihrer sucht. Der Dämmerzirkus aus dem Bäumenmeer wurde erneut zu deiner Darbietung an den königlichen Hof geladen. Wie erwartet wurde Ringmeister Ordorus neustes Programm von allen Zuschauern in höchstem Ton gelögt. Alles klar. Kartenmenü. Corvus kann sich an Ereignisse erinnern, wenn er bereits besuchte Orte zurückkehrt und bereits abgeschlossene Quetz auf der Karte wiederholt. Sobald Corvus beginnt, sich zu erinnern, werden weitere Erinnerungen an Orten freigeschalten. Das erinnert mich jetzt tatsächlich ein bisschen an Code Vein. Könnt ihr euch noch zu erinnern? Code Vein, die Erinnerungen, die waren einfach sick. Die waren mega nice. Bei Code Vein mit den Erinnerungen war es super gemacht. Fast manchmal geweint. Fast Pipi in den Augen gab. Ice Maze Tagebuch. Der Hügel des Philosophen ist das Heiligtum der Königsfamilie. Jedes Jahr am Herz brachte Vater uns hierher. Er sagte, dass auf dem Hügel kein König mehr wäre, sondern nur noch Vater und Freund. Hier gäbe es keinen Grund für Formalitäten, so sagte er. Nach dem Ausbruch war er zusehends mit innerstaatlichen Problemen beschäftigt und wir kamen immer seltener hierher. Philosophers Hill. Das ist dieser Hügel. Sind wir das Kind? Vielleicht sind wir das Kind. Wir sind schon männlich, oder? Ja, wir sind männlich. Notizen von Edward, dem Gesegneten. Besondere Freunde bereiten mir des jährlichen Besuchs des Hügels des Philosophen mit den Kindern. Es erfreut mich sehr rumlaufen und miteinander spielen zu sehen und lässt mich die Turbulenzen im Königreich jedes Mal aufs Neue kurzfristig vergessen. Seit kurzem grassiert eine seltsame Krankheit in den Landen jenseits unserer Grenzen. Ich muss dafür sagen, dass unser Königreich darauf vorbereitet ist. Nagt er was? Ne. Hier kommen wir nicht durch. Okay, jetzt auch nicht weiter. Dann gehen wir einmal hier entlang. Ne, da waren wir gerade, oder? Hier geht es auch nicht. Okay, wir gehen zurück zur Karte. Ist grafisch aber echt vollkommen okay. Ich habe gesehen, dass sich viele beschwert haben, dass die Grafik nicht so gut sein soll. Finde ich vollkommen okay. Was liegt hier? Ach, das war das Tagebuch. Die Karte. Erinnerungsprozesse. Bäumenmeer. Suche nach dem Herzen. In den Anfangstagen der Seuche verbanden die Adeligen alle Verbrecher arm und kranken in eine niedrigere Ebene des Königreichs, die auch als Bäume mehr bekannt war. Die Elite der Gesellschaft, die über diesen Elendsviertel lebt, kümmerte sich nicht um deren Schicksal. Sie bezeichneten die Verstoßung als hoffnungslose und überantworten ihr Leben der Krankheit und allerlei scheußlichen Kreaturen. Das ist so typisch, was leider Gottes in unserer Gesellschaft die Wahrheit widerspiegelt. Dass auf den Armen, wenn es wirklich so weit kommen würde, würden nur die Reichen sich um sich selber kümmern. Und danach wäre... Nö. Danach wäre alles andere ist egal. Die Armen, die nicht so viel Mittel haben. Egal. Bevor wir jetzt ins Bäumeer gehen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, was uns erwartet. Ich glaube, das Spiel ist nicht so groß. Je nachdem, wie schlecht ich bin, kann es auch hunderte Folgen lang gehen. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Jetzt haben wir das Tutorial. Wir sind beim ersten Tutorial-Boss gestorben. Wie jedem Soulslike. Dankeschön auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin eine wundervolle Zeit. Ciao.